Ich will nicht wissen, wie man Leder herstellt, ich will wissen, wie man das nochmal mit herstellt. Okay, ich weiß es wieder. Zwei Gold brauche ich dafür, also noch. Gibt es für die Bienen eigentlich auch so einen Indexer? Oder muss ich da einen Feier in den Kabinett nehmen? Äh, du hast die Apieris Chest, glaube ich, wenn wir die da drin haben. Ja, die haben wir auf jeden Fall. Es gibt noch spätere Sachen. Apieris Chest, ja. Moment, ich habe doch mal eine gefunden gehabt. Indexer, Indexer gibt es. Deswegen nenne ich das die ganze Zeit Indexer. Ja, Indexer gibt es auch, aber ich glaube, das ist hier X-Gift, X-Rubbies, irgendwas. Das haben wir, glaube ich, nicht. Doch, das haben wir. Haben wir das. Wow. Okay. Äh, kannst du reintun, aber ich glaube, der ist irgendwie Dauer-Laggy und Buggy und so weiter. Okay, dachte ich mir. Ich meine, klar, können wir machen. Und ansonsten verklagen wir die Leute, die das Peck zusammengestellt haben. Und was ist mit der Apieris Chest? Apieris Chest ist praktisch ein Indexer, nur nicht ganz so groß und um einiges billiger. Und funktioniert garantiert. Okay, ja, dann ist es schon mal gut. Kurz mit höherer Wahrscheinlichkeit als der Indexer. Den benutze ich dann für neue Drohnen. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Kann man eigentlich auch mehrere dieser Dollys nehmen und dann mehrere Kisten schleppen? Ich glaube schon, du wirst einfach nur ähnlich langsam. Ich merke gerade, gibt es keine Apieris Backpack? Doch, gibt es noch. Ach doch. Ah, stimmt, die gab es auch noch. Aber ich sehe gerade, wir haben, also mit dem Reward, haben wir jeden Typ von Backpacken gekriegt, aber nicht die Apieris. Ja, die sind ja nicht aus normaler Forest. Doch, klar ist die aus normaler Forest, das glaube ich. So unfair. Weil ich wollte nicht nachschauen, weil die Schmetterlings den Rucksack haben wir von sonst. Ich überlege gerade, ob ich mir so ein Woven Backpack einfach mitnehme. Oh, ist das... Die Filing Cabinets, die kann man nicht mit Dolly machen. Ja, gut. Ja, okay, die gehen ohne. Man kann die einfach so mitschleppen. Ähm, warte mal. Genau, die Deep Storage Unit. Immer noch. Äh, die braucht einen... Nur einen vollen... Äh, Tetherracked Frame. Okay. Was machen die Enderperlen eigentlich hier drin? Sein. I don't care. Und die braucht zu Hause. Wir brauchen jetzt also vier Perlen. Ach, übrigens, hier sind noch vier Runes of Augmented Capacity drin, sehe ich gerade. Im Terminal. Oh, ich glaube, ich habe nicht räum. Würde ich ihn mal rausnehmen? Ender Capacity. Äh, kann ich momentan, glaube ich, nicht wirklich brauchen, weil ich, äh... Offscreen-Beronen alle ordentlich platziert habe, sodass es halbwegs sinnvoll ist. Ah, okay. Hab ich schon reich gezeigt, damit sie alle beschweren können, wie schlecht es auch gemacht hat, wo ich dachte, es wäre gut. Was haben wir denn hier? Ganz viel Self-Sacrifice, weil es ja das ist, was wir hier an dem Alter machen werden. Und zur Augmented Capacity habe ich auch nochmal ganz, ganz viel. Klein wenig von Effizienz und noch ganz, ganz klein wenig mehr von der Geschwindigkeit, weil... Das Zeit ist schnell genug, wir kommen mit dem Adalas mit vier Personen kaum hinterher. Haben wir gemerkt, ne? Ja. Und man muss bedenken, wir konnten ja am Stück sogar schon sehr, sehr, sehr viel Adalas lassen. Mhm. Weil wir einfach schon sehr, sehr viel, ähm, extra Leben haben. Wir haben ja schon... Wir haben uns aber auch noch extra Adalas implantieren lassen, damit wir sie rausnehmen konnten. Ja. Weil wir hier so eine schöne Chirurgie haben, weißt du? Tipps, Torred Unit. War's schon fertig? War mein Name, komm. Oh, das heißt schon. Das hat jetzt 20 Minuten gelaufen oder so. So. Ich nehme die rechte. Ach, das ist so eine Crafting. Nimm ich die linke. Die rechte ist eine, gut. Die linke ebenso. Ja. War eigentlich zu erwarten. Ja, weiß nicht. Teilweise ist es ja zwischen gut und greater. Oder gut, dann basic. Yay. Den Kuchen willkommen. Answer. Brain Muffler. Creepy doll, angry doll. Die dämlichen extra Saplings. Die slimy one. Die, die, die Blood und die Amaran Teile. Wollen wir zum Ray Muffler eigentlich irgendwas machen? Nee, ne? Öh. Kann man nur im Frühjahr auch was nehmen. Brennheulis kannst du wahrscheinlich draus machen. Brennmaterial. Schlechte Bettdecken. Keine Ahnung. Okay. Da ist ein Soundmuffler. Brain Muffler hier drüber. So, damit das Ding nicht nass, obwohl es nicht indoors ist. Kuchen auf Kiste. Best, best place. Kuchen auf Kiste, ja. Best. Best place. Ist die Kiste eigentlich immer noch halb in der Wand drin? Ö, die ist, ach so, wir haben ausgeräumt. Genau, ich erinnere mich. Schade. Das wäre so schön gewesen. Egal, ich kann jetzt eine neue Kiste in die Wand drücken. Ähm. Haben wir noch... Wir haben kein normales Glas mehr, der... Ich war... Ah, klar, ich würde es noch nicht verbrauchen. Weil ich habe mich mal gewohnt, weil der Reaktor hier ist nämlich viel zu effizient. Jedenfalls viel effizienter, als der nicht in der Singleplay-Belt hat. Der ist einfach nur so effizient, dass... Na. Der verschwindet nicht genug. Haben wir inzwischen genug Kupfer oder Gold? Äh, ich darf mal auch ein Glas ausgießen, ne? Ah, nee, das Glas gießt sich selbst aus. Ah, nee, es gibt... Ja, es gießt sich wirklich selber aus. Clearless. Ähm, mal gucken, ob das damit auch geht. Ich hoffe einfach mal. Vielleicht brauchen wir sonst ein normales Glas. Ähm, wir haben hier oben eigentlich genug Sand, ne? Nur so zur Info. Aber das dauert immer so lang eigentlich nicht. Alter, einfach in den automatischen Ofen liegen. Was ist daran so schwer? Dann geh ich jetzt Hals mal, geh ich jetzt Hals mal, nether Copper and nether Gold abbauen. In den Neta? Nee. In unsere Mob-Farm. Hm, nice. Das ist schon eine Leistung. Props. Nee, nee, er schlägt einfach so lang auf die Mobs ein, bis sie sich entscheiden zu dematerialisieren und zu Neta-Erbsen zu werden. Achso. Ja, okay, dann macht's Sinn. Dematerialisieren. Klopf, klopf. Das Wort hast du von mir. Hab ich gar nicht. Wie du das hast. Ehrlich? Ah. Egal, ich find's toll. Hat grad so gut gepasst. Ähm... Wir haben hier vielleicht auch noch ein bisschen Neta-Erze in der AI, ne? Äh, gut. Guck mal nach Kupfer und Gold. Mach ich grad, mach ich grad. Ist, glaub ich, nicht drin. Gold ist keins drin. Kupfer auch nicht. Alter, das sind ja so, weil ich weiß, die einzigen beiden, die wir noch brauchen. Ja, die fehlen uns noch. Ich mach einfach mal 32 normales Glas, man weiß nicht, wann man's noch braucht. Was hab ich gerade gemacht? Sandbogen laufen ist rotierend. Ist Gold. Bleib mal kurz stehen. Ich hab dir geholfen, mein Freund. Als Dank dafür kriegst du Sand. Hau ab mit dem Dreck. Das ist Sand. Das ist kein Dreck, das ist Sand. Dreck ist wertvoll. Hau ab mit dem Sand, das surfe ich dir jetzt ins Wasser rein, so. Das ist mir recht. Ui, Sand. Einfach Sand, genau, ja. Another Rack. Einfach, weil es geht. Wir nennen einfach alles Sand, okay? Okay. Mal gucken, wie lange wir's durchhalten. Kannst du mir noch was von dem Sand geben? Ich brauch da ein bisschen was von. Also das Rezept besteht aus 8x Sand. In den Ecken. In den Ecken. Und dann, und dann brauch ich noch einmal Sand in der Mitte. 8x Sand, Sand in den Ecken. 8x, ja, sicher. Ja. Klar, ich mach ja 2 davon. Was anderes ich brauch für meine Farben noch 20 Sand. Habt ihr da was? Seit mal kann man in die Glow Shrooms eigentlich reinlaufen. Ist voll nützlich. Boah, der Sand greift mich grad mit Sand an, Alter. Oh, ich hab den Sand besiegt, ey. So ein scheiß Sand, ey. Warte, was hat der drauf lassen? Ein Sand und Beisand. Cool. Mal gucken, von welchem Sand hab ich das meiste? Hier, von dem Sand hier. Guck mal, ich hab 3, nee, 4 Sand hab ich im Körper stecken. Nice. So, da bring ich mal den ganzen Sand zu den Bienen hinter. Ich helfe dir mal den Sand zu tragen. Muss ich mal hier den Sand noch an den Seiten und dann krieg ich den Sand. hier raus, perfekt, dann brauch ich jetzt noch da und Faser. Oh, ich hab rum, ich muss mal wieder Sand aus. Ja. Sand. Sand als Riemen und dann kriegen wir insufficient V. Genau, geil. Inzwischen Sand. Ja? Oh mein Gott. Es tut mir so leid. Was bist du nur für ein Noob, ey? Jetzt muss ich doch glatt den anderen Sand hier nehmen, um um, um, um... Wirst du mich wohl in Ruhe lassen? Max, Vieh. Sand. Nein, Vieh, nicht Sand. Sand. Welchen von den ganzen Sand habt ihr die Sand reingelegt? Alter, ich weiß nicht, kein Wort. In den linken Sand, eigentlich. In den... Ja, in den goldenen halt, ne? Ne, ne, in den gold-gelben werden schon. Okay, anscheinend ist das zu einfach. Erwärts wie jedes wollte ich sagen. Sand, 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 sand. Sand? Oh, what? Ich muss zurück. Oder? Es ist Sand. Seh mir lauun. So, wo ist der Thomic Scoop? Du, ans ist Sand. Im Sand. Oh, okay. Jörg, du hast hier viel zu wenig Sand an deinem Sand platziert, Simon. Kann nicht wahr sein. Es bohrt immer noch ganz viel Sand. Wir machen so viel Sand drauf. Vielleicht eins bohrt nicht mehr so viel Sand. Da bin ich grad dabei. Aber ich hab's grade, ich... Ich glaube fast ich hab gar nicht genug Sand dafür da. Moment, Sand hab ich gar nicht genug Sand? Da ist noch Sand im Sand. Du musst immer so viel Sand drin laufen lassen. Da ist ein kleines Portable-Sand da. Mit dem man von dem ganzen Sand auf den Sand zu reffer kannst. Du fehlst für die Uhrzeit, ey, ganz ehrlich. Oh mein Gott, ich muss noch ein bisschen Sand fressen. Es ist doch erst Viertel vor Sand. Ja, stimmt, hast ja recht. Hier schrebt noch ganz viel Sand. Oh, 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 Sand, 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 Sand. Au. Pass auf den Sand auf! Der Sand ist böse. Hier spawnen immer noch Sand, meine Fresse. Du musst dann ein bisschen Sand platzieren, würde ich sagen. Ich glaub so langsam reicht's auch, ne? Ja? Ja, so ganz langsam. Nur so ein bisschen. Also ich find's schön. Aber es reicht einfach. Ich glaub, ich weiß wie wir die Folge nennen. Sand, 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 Sand. Ja, wir haben jetzt echt genug Sand gehört. Ich weiß. Wir brauchten Kupfer, oder? Oder brauchten wir... Sand. Sag's nicht. Sorry. Ne, wir brauchten Kupfer und Gold. Okay, danke. Oh Gott. Oh, das war anstrengend, aber spaßig. Genau die beiden orange-gelben Materialien, die man im Netherrack so überhaupt nicht sehen kann. Also Gold brauchen wir noch 10, Kupfer brauchen wir noch einen halben Stack. Äh, Gold hab ich... Bisschen mehr als einen halben Stack. Neun. Und vier Ferris aus irgendeinem Grund. Geh weg. Wir brauchen noch... Du brauchst also noch ein Golderz. Ja! 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 Das klang halt irgendwie so ein Wischung aus Gnoll und Goblin. Irgendwie schon. Ich hätte gesagt, das klang wie so eine Adrabe, aber okay. Ja! Oh, nein! Hey, 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 hey! Mit dem Sand sind wir vorbei. Das ist, ähm... Oh, nie! Der ist super. Man kann nie genug Sand haben. Geht's Gas bei? Das schmeckt viel zu hoch. Viel zu hoch. Also ja, zum Manual Submit. Dann brauchen wir noch 32 Nervenkörper. Ach, scheiße, dieses Skelett wirkt mich so auf die Nerven, ne? Ich stand hier, hab mir meine Goggles of Revealing gecraftet, damit ich die gleich in diesen Helm verarbeiten kann. Hab die kurz angezogen, um mir die Notes anzusehen und in dem Moment kommt dieses blöde Skelett und schießt mich ab. Warte, welcher Helm? Es gibt doch diesen einen Helm, mit diesem Goggles of Revealing-Helm. Denosant. Ja, dann der eine, der besser funktioniert als der andere. Einer funktioniert doch nicht so gut. Den Sanguine Helmet? Ja, wenn es der ist, dann ja. Das ist der mit den 10%. Um den zu machen, brauchen wir aber erstmal das automatische Blutliefer-Sammelsystem. Ja, dann mach ich jetzt den anderen. Äh, gedulde dich noch, noch ein wenig. Ach, dann mach ich die Goggles of Revealing-Helm halt kaputt vorerst. Auf meinem Skin sehen die eh am geilsten aus. Ja, das ist im Vergleich zu was? Zu euren Skins. Ja. Also das sehe ich jetzt als Beleidigung an. Mein Skin ist ja wohl der Beste. Ja, aber die Goggles of Revealing. Ich meine... Markus, wenn du dir das mal anschaust einfach... Die passen einfach so gut zu meinem Skin. Stimmt schon, ja. Ich bin der verrückte Wissenschaftler. Bla, 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 bla. Hm. Ja. Das mit dem Wissenschaftler war mir noch nicht so klar, aber das davor schon. War das der oder das ich bin? Nee, verrückt. Du hast genau was ich meine. Genau. Genau. Wo hängst denn du eigentlich? Wer? Ja. Nether? Nether zusammen? Ja. Und der andere, du? Was? Ja, wo der andere du hängt. Der andere du? Ja. Zwilling und Zwilloo oder wie? Der andere wer? Welcher wer? Frank. Das andere Subjekt. Subjekt. Ich meinte eigentlich das andere Objekt. Ja, wollte gerade sagen. War kurz davor Objekt zusammen. Das wäre beleidigend gewesen. Und der andere Prädikat. Ja, auch mit dem Deutsch, ey. Das ist... Genauso wie das andere Adverbialbestimmung. Ja. Desortes. Oh Gott. Oh Gott, Apiaries automatisieren. Warum? Wir haben doch ein Industri... Ach, die braucht Strom. Das ist jetzt so ein recht geringes Problem eigentlich. Stimmt, wir haben ja Simons Ding. Ja, aber das... Aber ich meine, klar, den anderen Reaktor könnt ihr gerne voll verwenden. Der ist nämlich schon voll und hat Druck. Kann ich den noch bitte... Kann ich den noch bitte nicht voll verwenden? Du kannst ihn verwenden, bis er leer ist. Ja, ist das... Das ist jetzt nicht so falsch. Oh Gott. Dass sich der Druck abgebaut hat. Ja. Oh mein Gott. Ich kann auch nichts dafür. Kann ich verwenden, bis er leer ist. Oh Gott. Und das wird eine Weile dauern. Da hat sich viel Druck aufgebaut. Hör auf damit. Oh mein Gott. Du lachst dich jetzt kaputt. Oh Gott. Waypoint, Waypoint. Gut. Ähm. Ähm. Uh. Oh. Ne, jetzt mal ohne Witz. Ja. Wie sagen wir die Bienen automatisieren? Ohne Buildcraft. Mit Thermal Expansion. So wie wir das andere Zeug auch machen. Das geht. Das ist noch was komplizierter. Okay. Nicht mal das. Ich meine, ob du jetzt Pipes nimmst oder Item Ducts. Das kommt uns ziemlich auf selber raus. Item Ducts ist sogar noch besser. Ich glaube, eine Pipe ist ein bisschen was anderes als ein Item Duct. Servus. Servus. Ähm. Trippy, Trippy. Okay. Brauchst du noch eine Node zum analysieren. Hier ist eine Nether. Kannst du mit den Item Ducts genau das gleiche machen wie mit den Pipes? Dann komme ich mal kurz runter. Hier ist genau 50 Blöcke vom Eingang weg. Sogar noch besser. Das ist das Schöne. Mach kurz. Dann lege ich aber erstmal meine allwichtigen Sachen kurz in die eine Kiste da hinten. Mach mal gleich mal so. Ah, falsch ab. Acht, Servus. Achtmal Servus. Den grüßen du alles. Servus. Acht, Servus. Servus, 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 Servus. Moin. Meine Zeit. Tag hier dann. So, wenn ich jemanden hauen muss, dann schlage ich den mit meinem Fortune Hammer, weil der macht auch sechs Schaden, das ist auch gut. Okay. Ich habe immer noch diesen Diamanthammer einfach ständig im Inventar, weil ich ja keine Schaufel brauche. Jetzt, wo ich kein Gold mehr brauche, finde ich Gold. Das ist... Goldtastisch ist das. Ja. Lach nicht, das war nicht witzig. Heul nicht, das war nicht traurig. Sei nicht so unemotional. Ich gehe mal wieder hoch, weil ich kein Thermometer mehr habe. Äh. Ich habe das ja gerade verkraftet für meine Goggles. Achso. Mann, brauche ich noch eine Chest. Ich habe vergessen, dass ich jetzt immer noch brauche. Ja. Also mache ich mal schnell eins. Ich habe irgendwie noch 15 Chest im Inventar, aus ominösen Gründen. Die steht jetzt hinter der Node. Na ja, ich baue mir gerade schon eine. Du weißt ja ganz grob, wo die Lavapumpe steht, glaube ich, ne? Nein, ich war noch nie unten, seitdem die Lavapumpe da steht. Links daneben. Ich sehe die Node ja eher als du mit meinen Goggles. Stimmt. Aber ich habe die Goggles ausge... Ich ziehe die einfach gleich wieder an. Passt schon. Der pumpt das Lavading eigentlich noch. Weil der Reaktor ist ja nun eigentlich mehr als ausreichend fürs Erste. Bis wir nächsten zwei Dinger an das große Ding anschließen. Da, ne? Laserdrill pre-charge an die Laserdrill. So, dann gehe ich jetzt wieder rein, weil ich habe jetzt meinen Zahmarmepass da. Anscheinend pumpen sie ein bisschen noch. Die Matematik-Dynamos, die outputten noch vier RF. Ja, lässt sich daran, dass der Reaktor jetzt momentan Priorität hat. Schon wieder Gold und wieder Eisen. Interessant, dass man einfach von, ähm, also hier bin ich. Also links von der Tür raus, oder wie? Ähm, siehst du doch. Ich nicht. Siehst du mein Name-Tag, das sich bewegt? Gerade nicht, nein. Moment. Ich würde dir ein Biegen hinstellen, aber wir haben noch keine. Oh, jetzt noch eine Note. Praktisch die Wolke entlang. Ach, ich bin auch blöd. Ich habe ja, ich habe ja nicht mehr, ich sehe dich auf dem Radar. Hallo. Pass auf, wer hat dich im Radar? Irgendwo hier müsste es so sein. Unter mir wahrscheinlich, oder? Kann das sein? Äh, ein bisschen was weiter weg. Wo steckst du denn? Ah. Ja. Ah, hi. Mitkommen. Ja, bin auf dem Weg. Ich habe meine Gorgels nämlich doch nicht angezogen jetzt. Achso. Was für ein unglaublich sicherer Weg das doch ist. Ja. Hier ist die erste. Ah, jetzt sehe ich sie auch. Krass, wie einfach alles leuchtet, sobald man drüber her wird. Ja. Oh, das ist eine ziemlich, ziemlich große Feiernaut gewesen. Hier ist die zweite. Hier lag übrigens ein Pot Asche Apfel. Ja. Aber Kalium brauche ich momentan nicht. Äh, wo ist der nächste? Hier. Oh, da hinten. Ich rede ich gerade. Achtung. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich meinte eigentlich die Note. Die Note ist noch hier. Ja, die explizit ist so leicht. Ach, da vorne. Okay, ich habe gedacht, die stand vor anders. Weder Feuer. Das ist eine Feuer- und Wasser-Note diesmal gewesen. Alkohol. Eine Dampf-Note. Oder Dampf. Nein, Alkohol. Kein Dampf. Dampf ist langweilig. Alkohol ist angenehm. Feuer, Wasser. Feuer, Wasser. Genau. Brennendes Eis. Sakura, Brennendes Eis. Genau. Äh, was hast du davor gerade noch gesagt? Hm, was? Den einen Namen, den du genannt hast. Sakura? Ach, das war eine Anspielung wieder, ne? Ja. Ja, dachte ich mir doch. Hast du eigentlich die ganzen Neter-Erste jetzt mal? Nein, weil ich von einem Gast und drei Boss-Ende... Ne, ich Ende-Mann, genau. Drei Boss-Zombie-Pigmen verfolgt werde und einfach nur Gold, Heise und Ferris hier rumliegt und kein nichts hin. So einen Koffer brauchen wir ja, ne? Ja. Ich habe Neter-M bei Orr gefunden. Ich glaube, wir haben genug Ember. Glaube ich allerdings auch. Ich meine, den brauchst du auch für so wie gar nichts, außer für Deko-Elemente. Neter Lapis, Neter Cola, Neter Quarz. Nicht in Ruhe. Ardite.